Unsere Meiler Planungssysteme sind perfekt auf den Aufbau abgestimmt, sprich es sind keine zusätzlichen Modifikationen mehr am Stahlbau notwendig. Desweiteren erfüllen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Unfallverhütungsvorschriften und Außenbreite. Eine komfortable Lösung in Verbindung mit unserer elektrischen Schiebepläne bietet dabei auch unsere ISA-Control Funkfernsteuerung. Unsere elektrische Schiebepläne ist ein sehr effizientes System, das an der Stelle ganz einfach zu bedienen ist und zusätzlich noch Zeit spart. Ein automatischer Klappspriegel, den wir im Standardpaket mit anbieten, bildet so einen perfekten Abschluss für die Rückwandpartie. So einfach kann eine ordnungsgemäße Ladungssicherung sein. Sie können ein Meiler Planungssystem auch jederzeit nachrüsten.